und heute können wir mal wieder Minecraft Dungeons und ich habe hier ein neues kann man sagen nämlich eine Tadensprüfung und ich würde sagen das starten wir auch direkt ich habe keine Ahnung was das sein soll aber wir gucken einfach mal was die Reise so bringt oder wie man es nennt es geht ein beunruhigendes Rumoren von den Bergen der Oberwelt aus man erzählt sich dass die Illager dort tief unter den alten Bühnen etwas schreckliches bauen etwas aus Ruß, Metall und Flammen nur ein Held wie du kann sich in dieses Hüllensystem begeben und die Wahrheit aufdecken okay dann legen wir auf den Fluss ich bin todesmüde also bin nicht zu wundern was ich gar nicht mehr reden kann aber ich habe Hauptsache nicht geschlafen nee, bitte nicht äh gemeint zu sein nee boah nie sehe ich auch noch sooo ich habe schon wieder vergessen zu reden soo machen wir den Spawner hier einmal mal kurz kaputt so tach 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 weiter gehts soo fast untergefallen soo fast explodiert hier oh 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 wow mit wollte ich nett aber aus hier sooo ähm magier habe ich ja sehr Bock schon wieder drauf ok feinige scheiße wo ist der Hund denn sorry Leute ich habe gerade Beleidig ja macht man nicht na noch lebe ich noch lebe ich noch lebe ich geht mal alle down hier tach 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 ok jetzt muss ich hier weg sonst sterbe ich soo ok komm noch näher ok hier bin ich in Sicherheit ja war auf jeden Fall gerade ein guter Kampf wie gesagt so dann filmen wir auch noch mal das Apt hier auf soo soo danke soo easy Leute jetzt ist relativ easy so kann man nicht wegnehmen ja ein bisschen in die Luft springen nice hallo soo kommen sie her au ja gut bin gestorben nice kurz gestorben perfekt und da soo ne man diese ganzen creeper hier ey ok soo da habe ich jetzt alle gerullt So, hey, hallo, hier durch, danke, so, hier ist Essen, so, einmal hier durch, hier ist wieder ein Magier, oh, okay, okay, kurz rückzunehmen, da muss ich jetzt kurz rückzunehmen, da geht es weg, genau, ich gehe weiter, gehe jetzt, so, ich bin gestorben, Leute, oh, ich habe noch einen, ich bin doch jetzt gestorben, warum nehme ich das, oh, Junge, ich wäre fast schon wieder da, jetzt bin ich ja wieder hier, jetzt habe ich zwei TNT-Tinger auf meinem Kopf, weg, weg, so, da, komm, komm, gut, 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 so, ja, so, 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 noch drei weitere sind hier irgendwo, hier, so, jetzt ist noch irgendwo eine, so, so, wo muss ich jetzt hin, nach unten, okay, 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 so, noch ein bisschen essen, so, ich gehe auch weggehauen, zack, und auch, und auch, komm, weg mit euch, und auch, danke für das Essen, hier ist nichts, au, die blöden Minecraft, ey, so, so, machen wir jetzt auch irgendwo weg, so, perfekt, dann fahren wir auch schon weiter durch, wo, kommst du denn her, so, das auch noch weg machen, tschüss, so, okay, auch, tschüss, Mann, hier sind ja überall so welche, so, die Dinger, ja, kommen doch gleich alle hier hin, hallo, ähm, ja, die stellen sich sogar schon in einer Reihe auf, ey, ja, weil die alle umgeflascht werden, ähm, ähm, hängt auch, ihr könnt hier alles, so, weg seid ihr, so, ab nach dort, weg, okay, so, auch, heilen, okay, jetzt gibt's noch einen Kampf, gegen diesen blöden Witz, so ein Heini, ruhen, nicht, bis grand Quadri, obile, irgendwie, Augz, nicht surprises, Das ist er auch hone funktioniert, war. um Angst, Ja, ey, komm Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da Wir haben leider den Boss nicht besiegen können Aber auf jeden Fall Im nächsten Video Euer Santo Ciao, ciao